Ab an den See. Und das im Winter. Nach unserer Rooftop-Party-Reihe darf jetzt auch während der kalten Jahreszeit herrschaftlich gefeiert werden. 95.5 Charivari Lakeside. Die Szene-Party im Hugo's Beach Club am Starnberger See. Tickets nur auf charivari.de. Der FC Bayern Basketball greift wieder an. Der deutsche Meister trifft in der Euroleague auf Emporio Armani Milano. Ja, die heißen wirklich so. Wenn Sie dabei sein wollen, schicken Sie uns einfach eine E-Mail an mitmachen-at-charivari.de. Vom Audi-Dome ab in die Allianz-Arena. Wie für jedes Heimspiel der Bayern verlosen wir auch dieses Mal VIP-Tickets von B-Win für den deutschen Klassiko Bayern gegen Dortmund. Tickets gibt's nur in der Herold-Show. 95.5 Charivari. München Zitzradio.